Also wie kreischt man? Sag mal ehrlich, stell mal vor, wir haben jetzt die Stress mit jemandem. Du musst uns verteidigen. Und ich muss verteidigen. Ich sag ihm erstmal, ich lass ihn in die Wagen. Ich sag ihm, ey, Ruhe, pass mal auf. Ich gebe dir jetzt meine Möglichkeit. Und wieder, du haltest in deinen Füßen. Und geh weg hier, geh in deinem weißen Arsch weg hier. White Bull. Oder, du musst damit rechnen, dass du wirklich gleich in dein Arsch gehörst. Ganz einfach, und dann rufe ich. Und dann ist achter mal mein Hund. Glaube mir. Oh, du hast es versehen. Ich mag keine Brauhhosen. Oh, guck mal, sag mal so, ich gebe dir jetzt hier so ein Messer, weißt du? Und ich sag dir, ich steche den und den ab. Machst du das? Du hast einen Hund dazu. Dann geh ich stechen mit Wasser. Amigo, bei uns hier im Bade gibt's keine Gründe. Einfach zustechen, gar nicht nachfragen. Wenn ich dir als LKB sage, dass jemanden abstechen sollst, dann machst du das auch. Ich gebe ihn mal jetzt. Wir suchen dir jetzt mal ein leichtes Ziel, ja? Jetzt steig mal als Beifahrer ein hier. Bist du schon aufgeregt? Alles gut in Afrika, das war mein Mittagessen, ja. Schmeißt du erst mal mit dem Stein gegen seinen Kopf, dass er bewusstlos wird und dann stichst du ihn ab? Oder wie machst du das gleich? Lass mal, ich sage ihnen, die kennen euch und sowas, damit weißt du Bescheid, worum es geht. Ich möchte, bevor die bekommen diese Schmerzen, guck mal, das ist, das ist ein Psychologie, okay? Weiß genau. Das ist ein guter Psychologie, was ich muss ihnen sagen, jetzt. Wenn ich sagen die jetzt, ich komme von Wagos, dann haben die, die sie sehen von Wagos in seinen Kopf. Und wenn wir bekommen, danach die Schmerzen, bemischen sie sich viel besser diese Schmerzen mit Wagos. Dann werden immer... Da hast du recht, ja. Als wenn er einfach so wird abgespielt. Das Physiologische Glauben ist gut für seinen Kopf. Hast du studiert oder warum bist du so schlau? Ja, ja. Ich habe studiert bei Afrika. Ich will jetzt. Was hast du studiert? Kinder Magie. Was? Kinder Magie. Was? Kinder Magie. Kinder Magie. Was ist das? Kinder Magie. Magie Kinder. Achso. Guck mal, du darfst einfach nicht hinterfragen, wieso, ja? Du musst den Job einfach für die Wagos Familie erledigen, okay? Okay. Okay, wir müssen das heute machen. Also jetzt sofort, weil jetzt auf Gramp einen abstichen, das ist kein Scheiße für mich. Warum? Ja, was, warum? Du kannst doch nicht den einfach so abstichen, einen Abwesen, ja. Ich bin hier. Ja, ja. Guck mal, der Typ, der auf uns zu rennt hier. Der jetzt. Siehst du? Tu deinen Job. Ey, komm mal hier, bitte. Ich muss den Gimini was. Ah, ne, du hast dich schon schlimmer. Nein, komm doch mal ganz kurz, bitte. Ich guck zu, Omega. Komm doch mal ganz kurz. Das ist doch der Mara Schott hier, oder nicht? Hier, ich hab... Ja, wann habt ihr, ey? Ich guck mal da hinten. Ja, kannst du nicht reden? Seit morgen. Seit morgen. Der will mit ihm reden, dein. Alter! Mein Arschlo, was ist los mit dir, ha? Alter! Komm in hier sofort, du kleinen Arschlo. Schick in deinen Kopf. Ja! Oh, Digga. Der nimmt den dann wirklich auseinander. Was ist los? Du Arschlo, komm in hier! Der nimmt den auseinander, das ist ja unser Aufrecht zu mördern. Das ist Ayo, der. Das ist Ayo? Ja, ja, mit Messer. Oh, Digga, Alter. Oh, Digga, Alter. Der Arme. Boah. Ayo, komm rein! Ayo, komm rein! Komm rein! Vicky, tschüss! Magnus von Life, du kleine Mutti. Hier, Vicky, tschüss! Amigo! Amigo!